In der Haushaltsdebatte 2015 im Thema Bildung haben wir uns Schwerpunkte gesetzt. Der eine Schwerpunkt ist das Thema offener Ganztag. Hier fehlt enorm viel Geld. Wir haben zig Briefe bekommen von offenen Ganztagseinrichtungen, die beklagen, dass sie nicht genug Personal haben, dass sie nicht genug Angebote machen können. Und wir haben ausgerechnet, dass wir pro Jahr und Kind 100 Euro mehr brauchen, um die Qualität im offenen Ganztag aufrecht zu erhalten. Ein weiterer Schwerpunkt ist, das wird euch nicht wundern, die Finanzierung des digitalen Lernens, was wir vorantreiben möchten. Und hier haben wir Geld eingefordert für mehr Medienberater an den Schulen. Es gibt in NRW 53 Kompetenzteams und wir möchten jedes dieser Kompetenzteams mit einer weiteren halben Stelle beglücken. Das sind dann 27 Lehrerstellen, die wir an dieser Stelle fordern. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Unterrichtsmaterialien unter freien Lizenzen, OER, Open Education Resources. Hier fordern wir von der Landesregierung gut 4 Millionen Euro, um eine Anschubfinanzierung herzustellen, die den Schulen dann hilft, auf OER zurückzugreifen und den Unterricht da zu verbessern. Das nutzt vor allem der individuellen Förderung der Schüler in den Klassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017